Mein Name ist Selma Verisalic und ich komme aus Bosnien-Herzegovina. Ich studiere in Esmo, Berlin und ich bin jetzt in New York. Die Kollektion heißt A Finger und es geht um chinesische Philosophie und zwar um Yin und Yang. Ich habe auch Stoffe benutzt, die man eigentlich nicht zusammen benutzt oder Materialien wie Daunen und Stäbe, Corsage-Stäbe und Metalltaft und Leder. Und die Stäbe habe ich benutzt, um diese Volumen zu bekommen und auch um die Leichtigkeit zu bekommen. Es ist wie Tag und Nacht, dass man halt das alles zusammen in eine perfekte Situation reinbekommt.